40 Kilometer nordöstlich von Nürnberg im Rommersdorfer Bruch arbeitet seit sieben Jahren Wagenchefin Anja. Kein Lkw verlässt den Bruch, ohne von ihr das Go zu erhalten. Doch neuerdings dauert das Go von ihr ein bisschen länger. Denn seit zwei Tagen sitzt sie hinter dem Steuer des Radladers, der zum Verladen genutzt wird. Aller Anfang ist ja bekanntlich schwer. Naja, hab ich nicht gewusst, wie muss man das machen. Ja, und dann nächsten Tag ist der Chef gekommen, hat mir gezeigt, wie und was, von dritter Gang runter und jetzt geht's schon. Jetzt mit einer Schaffel nehm ich 10er. Die größte war 12, okay. Ist schon schön, gefällt mir. Macht Spaß, auch, mit dem ganzen Lkw-Fahrer und alles. Gestern hat einer gesagt, Anna Profi, jeden Tag immer besser, aber jetzt ist perfekt.